Frau Roscher ist Pianistin, ich habe es vorhin schon gesagt, sie hat an unserem Neum unterrichtet und Frau Roscher ist kürzendere Malerwitz, sie ist eben aus, hat hier eine Idee. Und sie wird zur Musik von Frau Roscher malen. Schauen Sie es an, bitte. Ja, was ihr der erste Programmbuch vom Geschenkskorb der Künstler, die aus dem Haus sind, die Zeit, Eva Roscher und ich, möchten wir Ihnen im Namen des ganzen Teams unseren herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag aussprechen. Und wir wünschen alles Gute, wir möchten uns bedanken für alles, was Sie bis jetzt uns gezeigt haben und präsentiert haben. Und auch für die Zukunft, dass es weiter so ein tolles Programm gibt und ganz viel erlauben. Tschüss Ihnen. Danke. Ja, ich wollte nur eine ganz kurze Bemerkung machen, was auch jetzt zugekommen ist, eine Interaktion zwischen Zeichen und Musik. Wir haben keine festen Vorvereinbarungen getroffen, sondern es werden spontane Reaktionen stattfinden zwischen uns. Die sind nicht vorher geplant und gesagt. Es ist also ein Prozess, ein sogenannter Prozess mit offenen Ausgaben. Ja, es geht noch weiter. Diese Wechselwirkung, die ist ganz wichtig, weil diese Wechselwirkung zwischen Klang und Zeichnung bildet bei Ihnen eine Vertiefung des Erlebten. Wenn Sie dafür offen sind, wenn Sie dafür bereit sind, das ist ganz wichtig. Und diese Wechselwirkungen nennt man Trendsart. Alles Gute, viel Vergnügend. Applaus 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018